Ich bin hier auf der Benni-Reich-Brücke im Bitztal in Tirol. Hier gibt es das Bitztal Bungee Jumping. 94 Meter geht es hier hinunter. Soll ich springen? 2, 1, 2, 1, bunt 3, 2, 1, bunt 3, 2, 1, bunt 2, 1, bunt 2, 1, bunt 3, 2, 1, bunt 4, 1, bunt für mich, da herunter zu springen. Für Normal bin ich sehr vorsichtig bei Extremsportarten, weil sie mit sehr viel Risiko verbunden sind. Doch Bungee Jumping, das habe ich nicht gewagt, weil ich wusste, dass das Seil mich zu 99,9 Prozent halten wird. Das ist für mich ein Bild für unsere menschliche Existenz. Ich denke, am Beginn unseres Lebens sind wir wie von einer Brücke gestoßen und fallen durchs Leben. Im freien Fall und irgendwann landen wir im Tod. Dem Tod kann keiner entbrinnen, auch ich nicht. Doch ich glaube, dass ich im Tod ein unsichtbares Seil habe, das mich aufhängt. Es ist Jesus, der sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. An diesem Glauben mache ich mich fest. Jesus ist das Bungee Seil meines Lebens. Es ist das Ja. Dass ich die Beispiele für gewaltt bin. Und das ist das would, kann ich mich anschauen. Und das ist das principale Verständnis. Vielen Dank.